Weißt du, was heute los ist? Ah, jetzt ist da wieder Wurm drin. Heute, ja. Wimscher. Hast du einen Apfel heute gegessen? Ne, heute noch nicht. So, ich schick's da drin. Ruhe und Constration, please. Ich mach jetzt ernst, ich rede diese Runde nicht. So, ich nehme mich jetzt nach vorne, ich bin ruhig. Jetzt kommt, let's go. Ja, wenn du, ist wichtig. Ne. Ich bin schon mal da. Ich bin da. Moins, wer ist meine? Schön, dass es da ist. Zu spät meine wieder am Start. Zu spät eine Stunde. Zu spät eine Stunde. Guck doch mal rein, bevor er ins Bett geht, ne? Lief wahrscheinlich schon im Bett. Mit der Bettmütze auf, mit den Kartoffeln an den Socken. Bettdecke bis zum Kind hochgezogen. Schlafbrille auch schon auf, den Augen. Denke ich. Okay, nochmal ganz kurz an die Mike, sonst ist er traurig, der Junge. Ne, du meinst, Lörkminder ist aufgestanden. Lörkminder ist aufgestanden. Ne, du bist jetzt dein kleiner Freund, oder wie? Okay, ey, ich bleib dabei. Ich sag, jetzt werden die Spiele nix mehr. Ich muss mich mal konzentrieren. Große Fans, ich bin ruhig. Obwohl, bei Großen Fans kann man auch reden, Junge. Wann fliege ich mal bei Großen Fans raus? Ja, jetzt, jetzt fliege ich raus. Guck's dir an. Ja, Megaman, willst du mal ein Ziel laufen, oder was? Was machst du da? Auf den vorletzten. Wer warst du da auf den drittletzten? Ja, warst du da auf den drittletzten? Und ich meld den gleich wegen Zeitspiel. Das ist einfach nur Stromverbrauch. Für die Klima, das Klima verantworte ich diese Jungs da. Was für ernährt euch vegetarisch? Was für verzichtet auf Autos, fahrt mehr Fahrrad? Jungs, warst nicht vom Ziel bei Vollgeist? Das ist das wichtige Ding. Äh, was kommt? Runde 3, oder was? Ja. Uh. Boah, ich bin schon krass. Das hatte ich jetzt auch schon zweimal gehabt, beide mal raus. Dauert, glaub ich, noch ein paar Mal, dass man das hat. Alter, hast du ne Slimey-Plattform mit Lian. Ey, das sind alles solche Knacker. Ja, du fliegst hier komplett raus. Wahrscheinlich, wer hier raus ist, hat schon eine Runde. Ja. Aber finde ich irgendwie geil, so ein Level, was man erstmal nicht spielen muss. Ja, aber das hat wirklich diese Vibes von Damals Schneidraxler, was du wirklich lernen musst erstmal. Vor allem hier am Anfang, ich nehme das alles so krass durch. Weil man den Rhythmus einfach nicht hat und dann probiert man irgendwann. Nein, ich bin runter. Nein. Okay, okay, ich bin durch, ich bin durch, ich bin bei Lian. Bei der ersten Liane bin ich schon mal, okay, ab hoch hier, ab hoch. Okay, jetzt spiele ich hier Spielkabinett oder so ein Ding. Oh mein Gott, was passiert hier? Boxhandschuhe, Boxhandschuhe. Nein. Aber schon bei Boxhandschuhen, da seid ihr letztens rausgeflogen. Da war was gewesen. Ja, da bin ich rausgeflogen. Bei mir sieht es ganz gut aus bis jetzt, ja? Nächster Boxhandschuhe. Okay, bin durch. Bin durch. Wo muss ich jetzt hin? Und jetzt muss man hier noch Jump and Run machen. Okay, okay, Kreisel. Kreisel. Oh, Junge, da kann man ja sauerlich runterfallen. Okay. Oh mein Gott, was ist das? Glücksrad. Abflussrad. 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 Bin durch. Lianen. Lianen. Oh mein Gott, Junge, nein. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Okay, bin durch. Bin durch. Was ist das jetzt? Bergsteigen. Bergsteigen mit Donuts. Boah, Junge, guck sie an. Wenn du an die Wand gedrückt bist, dann wirst du erstmal weggebaut. Oh mein Gott. Okay, hab's. Hab's. Oh mein Gott, was ist das denn nochmal? Jump and Run. Jump and Run. Bin durch. Bin durch. Bin durch. Komm. Komm. Komm Leute, wir gehen in den Chat. Wir gehen in den Chat. Ich glaube ich nicht hochkomme. Ich glaube das wird mal nutzen. Boah. Oh nein. Das sind die Imposter. Die sind böse. Aber das kann eigentlich nicht runterfallen. Ey, ich mach hier nix. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Nein, ich bin durch. Ich bin zweiter. Ich hab's geschafft. Zwei Leute Finale. Das hatte ich doch nie gehabt. Zwei Leute Finale. Jetzt erstmal Sturzball. Jetzt erstmal Sturzball. noch eine Runde Sturzball. Komm hier rein. Oh mein Gott. Mit zwei. Es ist Eis gegen Einzelfinale. Es ist ein Eis gegen Einzelfinale. Sprung vorbei. Ist gegen eins. Andrea, bist du noch da? Kannst du noch deine Krone entgegennehmen, wenn die jetzt kommt? Festhalten. Let's go. Ich halte euch. Besser bin ich denn. Guck mal, der bleibt aber auch gut auf Abstand. Der hat Angst vor mir. Der merkt 22.000. Was soll das? Was willst du von mir? Schau ab. Der ist schon verdächtig mit seinem Blanko Skin. Der ist übel verdächtig. Ich versuchte dich wie so ein Lug zu tarn. Aber ein Sky hat ja schon 500 Stunden. Oh, jetzt springt er auch noch über. Jo, guckst du dir an. Der ist so hinter mir. Der ist so hinter mir her. Ja. Wenn es einfach schnell wird, dann... Boah, Junge. Ja, aber musst du mal überlegen. Der war erster gewesen gerade bei dem schnallfaxener Ding. Boah, Junge, flieg doch runter, du Kleiner. Wie? Junge, das war gerade schon so kurzer Matchball. Bleib lieber hier, genau. Ja, bleib ich hier. Wär mal ein bisschen. Der kommt gleich rüber gesprungen. So, dann würde er doch alle teilen. Zapp! Er ist weg. Boah, ich hab die Krone! Ich hab die Krone geholt! Ich hab sie! Andrea, bist du auch da? Hast du deine Krone gesehen? Andrea, die Krone ist für dich! Katria, mal ne Frage. Hast du deine Krone eben gesehen oder warst du jetzt kurz noch zu nette gewesen, dass du alles schnell rausgefrennt hast? Ja! Ja!